Prinz William absolvierte die letzten offiziellen Termine mit Bravour. Bei der Trooping the Colour-Parade anlässlich König Charles' Geburtstag strahlte er an der Seite seiner an Krebs erkrankten Frau Prinzessin Kate. Vor wenigen Tagen feierte er dann ausgelassen seinen 42. Geburtstag bei einem Konzert von Taylor Swift, nachdem er zuvor das EM-Spiel zwischen England und Dänemark in Deutschland besucht hatte. Nach außen lässt sich der Thronfolger also nichts davon anmerken, wie es hinter den Palastmauern aussieht, denn neben seinem Vater Charles ist die Frau an seiner Seite ebenfalls an Krebs erkrankt. Und als wären die beiden Diagnosen nicht schon schlimm genug, sorgen Prinz Harry und Herzogin Meghan immer wieder für Skandale. Dass das alles an den Nerven zerrt, ist klar. Wie es Prinz William in den letzten Monaten aber wirklich ergangen sein soll, will nun das britische Nachrichtenportal Daily Mail erfahren haben. Wie der Autor Richard Kai von Freunden des dreifachen Vaters erfahren haben will, soll die Sorge um gleich zwei geliebte Menschen William schwer zugesetzt haben, von einem Höllenjahr ist in dem Bericht die Rede. Dennoch wolle der 42-Jährige weiterhin alles tun, um König Charles und Prinzessin Kate zu entlassen und zu unterstützen, heißt es. Und damit nicht genug, wie die Insider weiterberichten, habe Prinz William auch in Sachen Prinz Harry, mit dem er seit Monaten nicht mehr gesprochen haben soll, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Was das im Detail bedeutet, bislang unklar.